So, willkommen zurück zu Suessler Squad. Hello. Heute machen wir die, wie wir das Endgame rauslassen. Das sind Sachen um 100% zu bekommen. Nämlich die tollen Mittlergerätsel. Yay, freut euch alle. Juhu. Ja, wir klappen die in der Folge ab. Diesmal ist Fabio so ein bisschen der, der vorgibt. Ich laufe hinterher. Da gibt es keine lustigen, auf Englisch vorgelesenen Sachen von mir. So. Hier, scanne mal diesen das hier. Was geschieht? Was geschieht? Flex Luthor, meine Damen und Herren. Flex, sind Sie da? In der Tat, Miss Lane. Dank der Anstrengungen der sogenannten... Riddlers schlaue Rätsel sind unserem Kollektiv nicht gewünscht. Tja. Das hier oben? Das Salibon oder was da steht? Achso. Ja. Beim, beim anderen ist es mal da hoch. Diese Tower mit dem Globus oben drauf. Willst du, äh... so machen, dass wir pro Gebiet auf der Map alles machen? Oder... Also einfach den Globus da oben. Oh, Anna lässt dich an der langen Leine in Hanoi. Ich will dich verraten. Ach, toll. Heute sind wir intellektuell gleich auf. Hast du? Ja. Gut. Also ja, wie gesagt, willst du, ähm... ein Gebiet nach dem anderen erst mal abklappern, oder? Ja, mir ist egal. Kann auch rumsprengen. Diese Mission wäre perfekt, Majestät. Weil, also wir können auch, wir können so machen, dass wir auch in dem Gebiet dann schon die Trophäen sammeln, wenn du magst. Ja, okay. Also willst du es getrennt machen? Nee, nee, nee. Mach nicht. Du wirst dich mal holen dafür, wenn man einen Widerständler erredigt, der einen unserer Kosten hat. Und eine neue Verbesserung. Brainius! Gut genug sein. Gut. Okay, aber... was wenn nicht? Dann kommen wir neue Verbesserungen. Ja, Verbesserungen. Wahrscheinlich Brainiacs neueste. Schön, schön. Geil. Geil so. Wo ist er? Hier oben. Wo ist er? Ich finde Riddlers Schatzsuche wahrhaft belegend. Das Problem ist halt, ne? Hast du in dem Gebiet hier noch eine Trophäe, die angezeigt wird bei dir? Ja. Dann geh du mal da hin. Da hinten, okay. Weil sonst noch ein paar angezeigt werden, ein paar nicht. Ich weiß nicht, I don't know. Ne, da haben wir die schon gesammelt wahrscheinlich. Alles, was wir aufschauen. Lass sie mir leben. Dass sie dich kontrollieren wollen. Dich beherrschen. Ich weiß, dass du für mehr gemacht bist. Ich setze dein wahres Potenzial frei. Ich muss dem Riddler unbedingt die Hand schütteln, wenn ich ihn treffe. Ich habe einen festen Hände drunter. Hier unten. Okay, die habe ich schon. Okay. Okay. . Sind es keine mehr? Nein Okay, dann machen wir hier links weiter Bei Raisin Da haben wir Na, weil jetzt haben wir im Backline nur 3 von 6 Ich dachte, du wolltest das alle machen Ja, das ist wohl irgendwie Aber im Backline habe ich aber nichts mehr Ich habe es mir angezeigt Aber ich dachte, du machst es mit einem Guide Ja, aber die Trophäen, die werden noch angezeigt Nein, eben nicht Wenn du hier über den Backline habe, hast du noch 3 von 6 fehlend Und die werden mir nicht angezeigt Deswegen sage ich ja Ein paar werden angezeigt, ein paar nicht Das ist ja das komische Achso, warte mal Wahrscheinlich die, die man schon gesehen hat Beim Vorbeifliegen Die haben wir Gibt es ja eh, wenn wir nicht auf dem Backline gezeigt werden Wenn man dafür Guides braucht Da soll noch eine sein Bei der Sachen ohne Guide sammeln Der hat eh einen weg So, wie viel soll ich dies machen Ja, für sowas gibt es ja dann die Die Leute, die sowas machen wollen Uns anderen dann erleichtern Ach, da oben ist er Was ist er? Ja Und Riddlers hinfältige Rätsel sind meine Beute Denkt an die Vorzüge von Neukolo Ihr hört doch Vorzüge, oder? Keine Angst, keine Schmerzen Purer Sozialismus und vor allem Eine direkte Verbindung mit mir Diese Stadt ist noch nicht leer Warte mal ganz kurz Ich guck nochmal, ob ich Kann auch sein, dass wir die schon haben Das ist es halt, ne? Ja, ob ich irgendwo Was find mit Bildern Das ist ja Aber wer die schon haben Das kommt mir hier nämlich irgendwie bekannt vor Ich hab das auch ein Erfolg gemacht, damit So was hast ich ja, ne? Was denn? Wenn du so Collect-Missionen machst Und dann noch von Gegnern genervt wirst Achso, ja Das wäre das Beste Bei dem Über-Assers-Squid manchmal Du eigentlich weißt, wo es ist Aber nicht weißt, wie du hinkommst Das ist dann das Gassigste Und dann sind wir fünfmal außenrum Ja Das ist so oft passiert Das ist in den Neueren Oh, da ist was mit Bildern Sehr gut Ähm Jetzt ist die Zeit verposen Und dann weiß Lass uns ernst werden Du bist für größere Dinge geschaffen Das ist noch nicht entschieden, Zoltan Mit dem Angriff auf diese Welt Und der Verstärkung auf der anderen Setzt uns Brainiac überall ein Und dann sollst du hier Und dann sollst du hier das alles Personalproblem Großartig Hä? Hä? Jetzt mal ernsthaft Was sieht denn hier bitte so aus Wie einfach den Bildern Siehst du hier Ach hier Oh mein Gott Hier ist das Flash Ja, den hatten wir schon Okay Hier unter dem Flash Glaub ich, hatten wir schon mal einen Ja, ja Okay 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 Dann haben wir noch so Hier Dann müssen wir hier noch was sein die schlacht befreite gefangenen sind viel wert ich soll euch gratulieren macht einfach weiter hier hängt es wo? ah ja, MZ genau sehr gut noch einer ja, das ist dann du hast meine volle Anerkennung, Schaaf wir müssen erst den Feind beseitigen das sieht doch nicht hier irgendwo sein hier hier das ist nicht der richtige Weg ja, noch ein gelöstes Rätsel und ein Rätsel weniger zu ja, Backline abgeschlossen zwölf von vierzig öfter jetzt haben wir das rechte Gebiet hier noch die zwei Trophäen werden angezeigt ja dann haben wir dann müsste hier noch eine sein ah, das ist glaube ich das Bild auf dem Balkon ok da haben wir nicht what? ja, genau, das müsste hier auf dem Balkon sein so nur ne, das ist das nicht 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 die Seite auch nicht ne, das ist das nicht sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut ein Ort wie im antiken Griechenland auf neue Vorstellungen wartet man gespannt auf den Teufel ich kira war eine Nummer ok ein Reise Wegen Zirkus-Gäule wie dich, einem Hengst wie mir vor uns. Wie mir vor uns. Wer ein Versprängster? Ein. Ein Vorstoß ist unausweichlich. Die müsste bei der Bakery sein, genau hier. Da unten, Tobi. Du vermisst dein Zuhause, nicht wahr, Nanue? Schließ dich mir an und ich gebe dir die Macht, die Königreiche zu erobern. Brady hat die Erde aus und wir sie verwandeln. Und warte mal, wer der Beste von meiner Sonne ist. Hier, glaube ich. Das müsste so ein Wassertank sein. Okay. Ja, da ist er schon, der Wassertank, wenn das der ist. Da an dem Zaun müsste die hängen. Wie die Brandung. Ich habe sogar schon alle. Das heißt, ich habe die schon, Tobi. Ja, okay. Gut. Okay. Ähm. Brezeln, bitte auch. Ja. Da oben ist eins. Es müsste das sein mit dem, mit dem Container. So, da müsste so ein See-Container liegen. Da steht North Refrigeration drauf. Hier komme ich. Also. Ich probiere das hier. Ja. Aha. Jetzt ich. Mein Kopf ist groß und schwer wie Blei. Okay, sehr gut. Rätsel macht dich zum Glück nicht. Was? So, da. Ha, 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 ha. Die Vindikation haben zu lieben. Was ist der Problem? Was ist der Problem? Wir brütteln es aus hinten raus. Wo? Das war schon das nächste Viertel, aber... Okay. Ich habe mal eine selber gefunden. Nice. Und dann weiter zum Markierten. Ich hab schon das nächste Viertel gemarkiert. Tag und Nacht auf des Wissens... Ihr wisst, wie viele physische Kopie ich habe. Also warum weitermachen? Seid ihr nicht müde? Überfältigt? Das ist zu viel für so einen kleinen Haufen. Ah. Das ist hier, Tobi. Ja. Du musst das hier einmal scannen. Schuss. Ach, das Ding, ist das wahrscheinlich seit dem Anfang des Spiels zu... Ah, warte mal. Trotzdem ist... Ah, trotzdem ist noch bei der markierten Stelle was. Da müsste so ein... Old rotes... Da ist es. Hier. Das riesenlange Ding, ne? Seid stolz für euch. Heute sind wir intellektuell gleich auf mit. Sehr gut. Was war's hier? Das Gebiet auch, genau. Das Gebiet über uns ist Midtown. Sieben gibt's da. Midtown. Oh Gott. Warte mal, vorher... Achso, das ist die, die wir, glaube ich, gefunden haben, ne? Ja. Dann ist... So, hier noch eine sein. Oh Gott, das wird lustig, ey. Brainiac hat Batmans 18 zu Fall gebracht. Doch dieser Ort zeigt... Geld ist nacht. Ja, ja. Was? Vertikal wie Nord. Was soll ich hier sagen? Willst du deine Pakete? Dann hol sie dir. Hörst du mich ins Getümmel? Da. Hast du eine? Ja. Ah, ich seh sie. Heiangriff! Alles fliege nicht, denn! Denn... Ah, du wirst nicht... Aus dem Weg, oder werde zertrampelt! Vor allem die markierten Punkte sind halt nicht mit den Bildern markiert. Das heißt, du musst jetzt ungefähr rausfinden, wo du sein kannst. Und es sieht alles gleich aus hier. Die Vanenbanken. Die habe ich ja noch nicht 30 Mal versucht zu scannen im Laufe des Plays, als wir hier waren. Aber... Ich hätte auch mal... Geh'n... Ach, da drunter ist sogar auch was. Du hast recht, das... Ich nehme Wetten an, wie lange es dauert, bis ihr den Voiltynoth findet. So, Annahme Schluss! Ach, der habe ich sogar schon. Okay. Toll, ich habe gehört, wieso Rune gefallen ist, habe ich keinen Plan, wo sie liegt. Das ist ja geil. Ich verstehe jetzt ja nicht. Gibt die vielleicht hier irgendwo? In dem Eck? Warte, die wird ja seit der Karte angezeigt. Ja, da im Büsch. Was er auch schon sieht, nicht. Hast du sie? Ja. Okay, warte mal. Links neben dran war noch eins. Ja. Hier. Ah, das ist sogar die markiert ist. Ah, nichts kann mich verfallen. Diese Artikel und Blösten sind riesig. Wir werden diese Idioten nachreißen. Das ist nicht der richtige Weg. Ich fühle mich dir so nah. Nur einen Hauch entfernt. Okay. Vier, genau. Die vier haben wir jetzt. Wir haben jetzt... Tag und Nacht auf des Schwesters vierte. In diesen Hallen tummeln sich viele Gelehrte. Mein Vorstoß ist unausweichlich. Wir müssen dem Peilsender folgen. Ah, dieses WGBS kannst du schon mal... ...schanen. Ne, doch nicht. Dann habe ich jetzt gleich im Kopf. Egal. Stell dich meinem Bomber dem Arm. Ach. War der der Trophäe? Nein. Das ist nicht der richtige Weg. Sollte es so sein, ey. Sollte es so sein, ey. Das ist halt 50 Schaden dahin, wo es irgendwo dranhängen kann hier. Ich werde nicht mehr. Oh. Oh nein. Oh. 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 Ah Hier Ich bin jetzt dreimal aus dem Wunschelaufen Na gut, dauernd noch zu sind, der habe ich nicht geschafft Du bist einfach gestreckt Wir lassen Mal sehen, wie Taskforce X Eine Artillerie-Stellung überrennt Ähm, den Daten zufolge haben sie schon Hier noch einer Mal sehen, wie sie diese Artillerie-Stellung überrennt Natürlich wird es auch jetzt dunkel Mein Gott, wann sich seinen eigenen Film Ah, Amedtech ist hier Da habe ich das Bild gesehen Amedtech Industries Normales wird hier ein besonderes verwandelt Wird es von Direktor Bowles verhandelt Du hast Wallace Köder so schnell geschluckt, Nanue Und jetzt zappelst du an ihrem Haken Ich kann dich befreien Von diesem sogenannten Leben Also irgendwo steht an einem Gebäude Amedtech Industries Mhm Und da muss es sein Krass Da hier überall Amedtech steht, aber nicht Industries Werd ich grad ein bisschen sauer Tag und Nacht auf des Wissens fährte In diesen Hallen tummeln sich viele Gelehrte Ich werde die Erde aufbrechen Vom 1 von 9, hä? Gier Wow Oh, warte, warte Da hat auch keiner hingeguckt es wartet noch so viel auf euch kämpft nur weiter der lohn fürs überleben ist dass ihr zeugen der evolution werdet das sehen augenwinkel die widerständler könnten jederzeit zuschlagen finde noch mehr dann verdienst du vielleicht meinen respekt die augen offenheit ok und drei rätseln nein das war das nicht schon das hier haben wir der kleine haben wir Da, mitsch taunt. Tag und Nacht auf des Wissens Pferde. In diesen Hallen tummeln sich viele Gelehrte. Ich bin zum Flugskinn, aber nicht schön. Das ist so gut. Ich bin groß und schwer wie Blei. Rätsel machen mich zum Glücklichen. Was? Kai! Tödlich und intellektuell, Navajo. Aber wisst du nicht mehr? Das könnte ich dir geben. Macht und, was noch wichtiger ist, Wissen. Gibt es da irgendwo... ...dass mit Stanhope stehen. Hier. Stanhope College. Ah! Ich bin ein Jäger. Und diese raffinierten Rätsel sind meine Beute. So, und das andere ist auch bei der Wayne Bank. Aber aus dem anderen Winkel. Oder auch mit dem anderen Schild. Und das ist das Grüne? Jetzt müsste ich irgendwo noch einen zweiten Eingang geben. Wir sind zwar auf der Hut vor den vier Widerständlern. Aber laut den Daten stehen und durchlaufen gingen sie nicht gut. Zum Glück hat Brainiac uns Verbesserungen gegeben. Sonst hätten wir Probleme. Die anderen Einheiten hatten auch alle Brainiacs. Da ist viel. Harley Quinn, was ist heute mit dir los? Viel Glück euren nächsten unglückseligen Opfern, TFX. Ab in die Luft! Also Wayne Bank habe ich schon ein Rätsel, ne? Ich hab keine Ahnung. Ob du das meinst? Wo? Ja, aber die Wayne Bank scannen halt, ne? Ja, ja, schon klar. Aber die ist ja aus dem anderen Winkel. Also das ist so ein gelbes... Wenn ich auf den Map gucke, hab ich nämlich angeblich alle 3 von 3. Hm. Ach so. Okay, dann wird es anscheinend schon mal gemacht irgendwann. Ich weiß, du stößt deine Verbindung zu dieser Erde. Ich weiß, du hast eine Verbindung zu dieser Erde. Ich weiß, du hast eine Verbindung zu dieser Erde. Aber sie war nur ein Ende. Ja, ich hab auch bei mir. 3 von 3. Keine Ahnung, ob ich das hier auch selbst gelöst habe. Ich weiß es nicht mal. Ach Gott, zentrales Geschäftsviertel. Neue Prophäen. Oh Gott. Könnt doch erstmal den Central Park machen, der ist direkt neben uns. Da hab ich sogar eine markiert. Da hab ich sogar zwei markiert. Da hab ich sogar drei markiert. Nee, ja, warte mal kurz. Centennial Park, genau. Warte noch. Und hier hab ich auch schon zwei Rätsel. Ja, warte mal, bevor du dich da weiter rennst. Da müsste eine sein. Häftiger Schwung! Ja, die haben wir schon. Die müsste hier sein. Ja. Ja. Okay. Da noch. Tausende schweben Pläne in der versteckten Zelle. Mehr als nur ein X. Markiert die Stelle. Mann, oh Mann. Könnt ihr die Stelle? Ja. eine Menge böse Jungs hier. Könnt ihr sie mit dem Zack rausklappen und dann erledigen? Jo, die habe ich auch angezeigt Hier hängt er Ja und Okay Glaubst du, die sind alle so einfach? Alle so einfach? Sehr gut Oh zu, wir wollen jetzt keine Rätsel Erstmal ein paar Ästrophäen sammeln Die Goldstattung nach vorne kannst du vielleicht scannen Die habe ich schon ganz zu Beginn gehabt, wo das K war Die ist ein Rätsel So Na Zum Beispiel Die habe ich sogar Aufwand Kann die Statt im Netz gehen Nein, die hier Die 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 Ja genau, die habe ich schon Das war ne Dann ist da noch eine, genau Es müsste Wir haben uns ins Zeug gelegt Irgend so ein Innenraum sein Wie so ne Art Hier ist sie Ah Geht ihr euer Bestes? Ich weiß es wirklich nicht Die andere ist Wird ja hier sein, glaube ich Ich habe ja noch insgesamt ein Rätsel hier Tausende schweden Pläne in der versteckten Zelle Mehr als nur ein Das Scheitern ist Teil des Evolutionsprozesses Doch In meinem Fall Ist es nicht mehr das Ende des Kreislaufs Wir haben noch eine Kanone verloren Weiß einer der Veteranen auf eine Eroberung So ablaufen sollte? Zuerst einmal Es gibt keine Veteranen Wir haben eingebaute kurze Haltbarkeit Hier ist einer Es war eine Waffe Die erledigt wurde Ob ich es nicht gesehen Nicht das Schädelschiff Der Kampf geht weiter Das ist ein Geschenk Du sollst schliesslich motiviert bleiben Was? Hier fehlt denn noch einer Ja Aber ich habe die schon Deswegen kann ich dir da alleine nicht helfen Wo die ist Ja ich habe sie schon Okay Wenn ihr sie doch nur auf ein Rätsel verwendet Okay Es fehlt mir hier nur Diese Rätsel Was ich schon seit 100 Spiels 20 Mal hören muss So was ich nicht mehr hören kann Die sind 1000 X markiert die Stelle Oder was Das ist Garastig Jetzt machen wir es endlich weg Oh Das ist Das ist Okay Äh Na gut Dann klappen wir mal die Route ab Radeon Da müsste eins sein Ist vielleicht sogar das Das Game bereits gelöst Also es gibt ähm Einen Scan mit dieser Statue die du mir gezeigt hast Genau Ja dann hier die Buchstaben Dann lernen wir es gern Richtig Mal gucken ob ich die schon hab Okay Rätsel gelöst Dann ist es Dann ist es Du hast immer der kleinste Weller hier denn Hanoi Ein Sicht Das macht ihr immer noch zu schaffen Oder Was ist denn jetzt da für ein Nebel auf dem Auf dem Map Hey da kennt man ja nix Hahaha Da und her Weißt du das sind so Faktoren die mich so nerven ne Du willst einfach nur ähm Diese scheiß Collectibles sammeln Dann gibts wieder so viele ähm Faktoren die die stören Haha Ja mit komm Bau World Collectibles Es gibt schon Grund warum ich die vielen Projekten ausklammere Aber alles andere sonst mache Nee das ist das damit muss die Schwarte gemeint sein Mit dem Grund Warte mal das ist die sind relativ nah also ich hab hier nen Marker und den Marker von hier grad eben Der Stein ist es vielleicht I don't know Ne Ne das ist das ist echt sauklein Das was du noch suchst da Hier komm her Wau Alter Diese kleine Minitür Aber noch ein Rätsel Was soll man finden Ist die Garnios Rittlers Rätsel zu lösen? Absolut Okay Centennial Park fertig Ach Gott sei Dank Jetzt haben wir noch Wonderland Die Slums Ja Das geschäfts sind Gut Wonderland Haben wir gleich hier Wonderland Wir haben mir drei Dinger angezeigt Sollen sich vor Ich hab hier vier Ich hab hier noch eins Ja eins hab ich da schon Das ist ganz süß Ja Ich auch Ich werde Ich werde Ich werde hin Die Köpfe aufreißen Es ist ein Aggressionshämmer defekt Ich dachte wir erschießen sie Was Jetzt bin ich da Aus dem Weg oder werdet ihr zertraubt Na was mein Wer wäre denn das Für alle Altersgruppen Ein Spaß Mach die Schrauben dicht Aber nicht so bald Haha Jedes Mal wenn ich das sage Klingt das besser Was soll man denn hier wieder rausfinden Oh was ist ey Ach du Scheiße Meiner ist irgendwo mit nem fetten Turm Ob ich das da finde Ah ok gefunden Ich komme eben mal zu dir Ich muss immer auch weg gehen Ich muss immer auch weg gehen Das ist doch nicht höher als die Mission Die ihr vorhattet Die ihr vorhattet Das ist nicht der richtige Weg Ganz ehrlich ich bin grad aktuell der Meinung Dass die Trophäen Mich mehr nerven als die Rätsel Ja weil die halt geil sind Ja weil die halt geil sind Weil das Spiel ja quasi nicht abschließbar ist Haben wir ja danach quasi 100% Wenn du so siehst Das ist alles geil daran Wir haben alles gesammelt Wir haben alles gesammelt Wir haben Danach alle Side-Missions gemacht Alle normalen Die nicht wiederholen Also die nicht random sind So wie das Spiel kein Service-Game wäre Wären wir dann quasi durch Das ist der Grund Das ist der Grund Warum wir das jetzt machen Also ich sag dir ehrlich Ich kann mit diesen Bildern hier nix anfangen Für mich sieht das alles gleich aus Ja hier sieht auch alles gleich aus Versuch mir da aber nur so ein paar Punkte zu merken Versuch die beim Rentner Gedächtnis wieder zu erkennen Aber Ja ein Turm der seine Spitzenhebel hat Ein Zeichen wie macht der statt Das wird wahrscheinlich der Turm sein Aber der ist ja schon 20 mal markiert worden Und das trotzdem nicht Richtig Ja du sollst erstmal die Trophäen machen Weil bei den Bei den äh Hier ist einer Ich weiß die Farbe ich schon hab Warte Nee hab ich nicht Ok Ok die haben wir Die haben wir Ist da noch einer Für eine Kreatur meiner Präsen bin ich flink Oh Ich werde an Riddlers Herausforderung teilen Oh Ich werde an Riddlers Herausforderung teilen Ah das ist ja ein Riesenrad hier Ja Oben Was passiert wohl wenn du scheiterst Du scheitern 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 Das sage ich nicht Das sagen wir ja Heftiger Schwung Oh Ja Ich werde an Riddlers Und das sind zwei ganz nah aneinander Ja Betrügst du? Wenn ich herausfinde Dass du betrügst Ja Riddler wird betrügen indem wir den Guide gucken Und was machst du jetzt nix kannst du ich bin hier oben markiert könnte es echt sein weil ich noch eins war noch relativ weit oben sie dir unsere waffen an und dann wir wir sind die artillerie an der blue ruf genau dann wir ja doch wieder die gute umschreibung glaubt mir das kommt nicht wieder vor die deck auch nicht oh leckrichter am arsch die us-armee bittet alle sauber im aktiven oder reservemilitär ich glaube das ist ein fenster in der wirklichkeit ich möchte meinen kopf hinaus strecken wir sind ja nicht die helden hier bingo also entspannen sie sich mal das ist supermans statt und wenn dieses ding was krummes versucht wird es was erleben mhm Was soll das seien? Ah, ich hab's. Ah, ein Feind in der Nähe hat Beutewanzen im Hintern. Was soll ich befehlen hier? Ja. Okay, wir werden jetzt die Räste machen. Central Business District. Hey, Wunderland war das, ne? Ja, Wunderland. Oh, unser Team mit übertriebener Gewalt kommt in die Geschenke da raus. Okay. 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 Oh, das Ding ist nicht schön. Warte mal, nächst mal noch eine Motion. Oh. 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 Ach kommt, muss ich etwa wieder selbst meine Wunden ausbrennen? Wie schön dir ein Gefallen, Shark. Diese unerwartete Synergie macht einige Anpassungen nötig. Aber seid versichert. Ihr werdet angesprochen. Ich mag es, wenn Fremde nicht nur Angst vor mir haben. Oh. 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 Müssten wir die Aufständischen integrieren, wäre leichter, sie zu beseitigen. Auch so viele Wege, aber dazu bringen sie recht. Da hört es hier. Schottis, Toys. Ja. Müsste noch was rein? Aber nicht so weit oben, glaube ich. Oh, ich wollte doch sehen, was darin war. Da, hier ist es, Tobi. Ja, dieses Jazz-Crab. Oder? Hä? Sich verarschen. Ja, das ist die magische Show daneben. Heute sind wir intellektuell gleichauf mit dem Riddler. Oh mein Gott. Wenn wirklich, also weißt du, das ist... Ein Pixel daneben, ja. Ach Gott, ich bin nicht froh, wenn der Scheiß hier vorbei ist. Für Erdling bist du stark, Nanue, aber ich könnte jeden deiner Knochen zermahlen. Das müsste so, ähm, ganz stark blau leuchten sein. Ein ganz leuchten, der blaue Ring ist das. Und was macht er? Ich glaube, da. Blau leuchten. Richtig. Ah, hier unten. Ich hoffe, das ist eh zielend. Na, jetzt. Hast du? Ja. Okay, dann haben wir Runde Land auch fertig. Die Slums jetzt, ne? Ja. Will ich vorschlagen. Okay. Auf der henseite. Wo sind die Slums? Oder anders. Teniel. Runde Land. Central. Clumps, hier. Sind zum Glück nur drei. Hier müsste eine sein. Hier müsste eine sein. Sie schießen ihre Krugel aus dem Kristall in die Erde. Die Flüttigerin ist überall. Vieles raus. Die Flüttigerin ist uno. Aber wir müssen das, dass wir nicht weggehen. Genau. Das hat er auf die grosse Seite. Wieaffe wir jetzt? Oh Gott! South-East... ...Corner! Ah! Süd-Nord-Ost... Süd-Ost... Okay, also müsste es das Oberhubild sein. Under the crossing highways... ...Bundefenced... Das tun sie auch! Ach, das ist der YouTube, den haben wir schon. Ah, okay. Das ist der, den wir aus Versehen gesammelt haben. Ah, ja. Ihr habt eure Sache versucht, ich habe meine Strategie angepasst. Also werden wir nächstes Mal alle besser vorbereitet sein. Das könnte eigentlich nur das Bild sein. Sie sieht es mit dem Boden aus Pistall. Der Mystikerin ist überall... Auf zur Jagd! Schickt sie dahin, wo sie hergekommen sind, TFX. In der Mouth-Section... Auf der Segel der Hammer-Powler, ...to die Rheilung der Klock... ...und save our Church for life. Das ist nicht hier. Ja... ...und a road east of the Power Plant... ...in the beach tunnel... ...next to the Chapel Hill Cemetery. Hehehe... 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 Seid, sie verkaufen jetzt! Das... ...ist auf jeden Fall... ...das Bild... ...da steht save the Church. Da steht save the Church. Ja! Hast du's? Ja... Okay... Das ist aber das andere... ...und das andere müsste... ...an einem Straßentunnel sein. Das ist immer noch da, wo ich markiert hatte eben. Hier ist ein Tunnel. Das ist der jetzt aber, glaube ich... Ja, hier ist es! Also, sieh direkt! Okay... Zusatzlams... Ich habe Waller falsch eingeschätzt! Eingeschätzt! Ich dachte, sie hätte Geschmack! Du stammst von Königin ab, Nanoe! Du vergeudest deine Zeit auf dieser Erde mit diesen Leuten! Wir sind ja relativ nah beieinander! Du hast ein erlesenes Schicksal! Ah, genau, Waller hier! Nice! Hallo! Jetzt! Danke! Wir erbauen Neukolo auf unserem Blutschweiß und Tränen! Moment! Du hast doch 10! Чтобы wegfinden nehmen! Dann! Drum! Nier Sieh! Sie sieht in ihrer Kugel aus Kristallen, er liegt der Mystikerin, ist überall Ja, das ist die Kunstspatue hier So, jetzt hier noch diese komische Kugel Oh, da ist eine Lady, keine Ahnung Hier Die Tür hier Ja, Madame Ingrid So, das Lamsin auch fertig Jetzt haben wir nur noch das Central Der Central geht durch, ja Okay Trophäen Oh, das wird was sicher Oh, genau ein Stück, ey Da ist Die erste Ne, warte mal, warte mal, ganz kurz Ne, das ist auch nicht wie viel CD war Ich bin kein Experte Ja, aber das kann ich los Ihr seid fertig Ja, hey Sie sich verarschen oder was? Wie wird man sich ohne mich an dich erinnern, Nanui Ein enttornter Herrscher eines kleinen Teiches Wie tragisch Setzen wir ein Zeichen Also zwei werden wir immerhin angezeigt Ja Die Widerständler sind da drauf Zerstören Stellung Stochern in Termination Also ich Ich hab gerade keine Ahnung Wie der das abfotografiert hat Hier passt ja nichts überein Hier, ich hab ne Trophäe schonmal selber aktiv Einfach so gefunden Okay Gehen wir hin Soll ich blödes gucken So, dann werden wir jetzt zwei von dem Momenten Nee, macht's nicht Also der hat es irgendwie in einem anderen Status vom Spiel Weil wir jetzt im Endgame sind Und dann sieht es komplett anders aus Bestimmt nix überein Ich hab hier noch eine markiert Komm Wir wollen mal hingehen Ja Ich hab mal die Augen auf Mal ein falsches Zufall Ihr versteckt eure Schwächen hinter Sarkasmus und Gewalt, Task Force X Aber nicht vor mir Ich kenn euch besser als ihr euch selbst Normal, es wird hier in besonderes verwandelt Wird es von Direktor Boos verhandelt Heftiger Schwung Ja Die sind doch wieder absolute Rotze Ja Ja Noch ein gelöstes Rätsel Und ein Rätsel weniger zum Lösen Ja So Da wird mir noch eine markiert Okay Hier oben Hier oben Direkt auf der Spitze Ich danke dem Riddler, dass er mir so viele neue Autos an der Oberfläche zeigt Halleluja Ja Ich seh sie schon Ah So und Sonst keine mehr Fünf von neun Hier noch Wo? Markiert Angeblich irgendwo hier ist Nee mehr Ähm Nee, hier hat er nicht mehr Ähm Nee, hier hat er nicht mehr Schwenker hervor Aktivitätsniveau starkes Suchen Weitersuchen Das ist halt riesig hier, Junge Hier oben Oh nice Ich muss dem Riddler unbedingt die Hand Jo Hast du noch mal Q Nein Oh je Drei Stück Warte mal ganz kurz Warte mal ganz kurz Warte mal ganz kurz Ich schick dir das mal ganz kurz mit den Locations Du fandest du das irgendwie hier auf dieser Ehe zu sein Oh hey Siehst du das nicht? Wir werden Könige einer neuen Welt Födern wir das Unvermeidliche nicht hinaus Das sind die markierten Punkte Eine Evakuierung ist nicht mehr möglich Nutzen sie keiner der ausgewiesenen Evakuierung Sieht sich ja echt komplett anders aus Ja Wow Das hilft uns stark Also ich hab noch zwei Wenn ich nur nach den Bildenden gehe Wenn ich nach den Bildenden gehe Wie man finden könnte Ist das irgendeine Beta oder so? Was? Haben die nochmal umgebaut Bunte Farben Bunte Farben Niedrige Profite Säubelsand Ich würde irgendwo Bupolis Skybridge oder sowas stehen Da! Ich hab's recht Das ist eine was ich nicht erkannt habe aus dem Billows Sehr gut Das habe ich Das haben sie woanders jetzt in den Film gestellt aber ja 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 Aber wer für die unfähige Zirkusseule wie dich Einem Hengst Wie mir vor uns Wie mir vor uns Neuer Beutinot Okay Keine Ahnung wo ich das rausgelesen habe Aber ich glaube das ist das Das gelbe Kreis ganz rechts gewesen Recht oben das haben wir Das haben wir weiß ich das haben wir das haben wir das haben wir central business district haben wir das bei lexkorb schon ich glaube ich habe eine gegend gefunden wurde anstelle in den lüft jagen ja so laut und geile ich habe sie nur einer weg seine augen haben das problem wenn ich abhaken kann ich glaube ich habe sie gesehen ne ok vergesse es ist auch genauso cool aber ist halt nix seine farbe da ich jetzt eure talente kenne kann ich richtig planen ihr seid jetzt ein teil der gleichung so einfach was will der hier noch lex dran schreiben eigentlich oh man ist das nervig fängt eine tropie jetzt räume also was recht ist noch zwei scheiße welchen geld benutzen du in dem steam direkt und das kühlschrank ist gelöscht ich kann nicht mehr ranzoomen ich habe nur diese große raufsicht den der links haben wir bin ich mir sicher oh man haben wir hier schon was ich war mir da gerade nicht ich war nicht mehr ich war gerade der tollste tag heute ich war gerade der muteste tag der woche bei mir gerade und nehmen wir mal im arm hier sowas were willst du lebenslänglich gegen todesstrafe tauschen mach nur weiter man dieses immer neu von mir ist doch so dumm ein bisschen vorne, Alter. Ich hol mir bald einen Mod, wo die deaktiviert wird, diese dumme Sau. Kann ich ja bei Sivaner Industrie schon einen? Ich weiß halt bald nicht mehr, was wir schon hatten, was nicht. Ja. Kommt mir auch echt bekannt vor. Ist das nicht schlecht. Ja, das ist an der Statue, das ist klar. Studie, okay. Hast du's? Nein, das ist das, was wir schon eingesammelt haben. Boah, ich bekomme gerade ganz Schmerzen, ich weiß hier echt. So, ja, dann haben wir das schon, okay. Das Rest haben wir auch, das ist die goldene Säule gewesen. Ich guck mal auf der Seite. Hier ist noch eins. Hast du eins? Ganz rechts soll noch ein Hiebchen rein sein. Dann kommen wir da mit. Ne, ganz rechts war die Säule, Fabian, das haben wir ja. Das ist diese komische Goldsäule, auf die hochgeklettert sind. Ja, aber bei dem Steam Guide, ganz rechts unten. Ja, das ist die Säule, sag ich ja, das ist das, wo wir noch hochgeklettert sind. Und das ist sie. Das ist doch nur das Gebiet hier. Ne, du bist hier oben auf die... Wir sind vorhin da hochgeklettert, da ist die. Gewesen. Also entweder ist es jetzt der selbe Turm, die sehen alle gleich aus oder ich bin blöd. Genau, hier sind wir hochgeklettert, das ist das ganz rechts. Ne, du bist ja schon wieder viel zu weit. Ach, das war hier unten. Na guck, was haben wir schon. Ich geh jetzt auf die Seite, die das ganz Gute macht. Map Guides heißt die oder so. Oh man ey, ich hasse sowas wirklich. Wenn ihr mich fragt, ist das unsere nächste Mission? Da ist noch ein markierter Punkt. Ich hab hier einer. Okay. Mein Vorstoß ist unausweichlich. Ich hab hier einer. Okay. Hm. Ich habe Waller falsch eingeschätzt. Eingeschätzt. Ich dachte, sie hätte Geschmack. Ich kann deine Sehnsucht spüren, Lanterns Ring wiederzutragen. Lass mich dir das ermöglichen. Es wäre nicht deine erste Vivi-Sektion. Ja. 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 Ja, das war das. Ja, das war das. Ja, das war auch schon. Was? Ach die, seit ich immer dafür benutze, die hat Suicide Squad nicht. Oder noch nicht, je nachdem. Das war die Willkoffen Knights, wo du draufklickst, kriegst du in der Beschreibung aber auch gleichzeitig ein Bild. Ja, ich hab die letzte. Ne, doch. Ne, doch vielleicht. So, ich hab jetzt alle neun. Alle mir, ich mag nicht mehr. Ja, vier, 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 vier. Sagt diese drei. Wie hieß der District jetzt immer? Was? District? Central Business. Ja, genau. Ja, ein Föder. Ja, ein Föder. Hier. Das ist das Zentrale. Das muss hier irgendwo sein. Vor allem du solltest die Gründlichkeit meiner Suche nach Verständnis anerkennen, Nalloi. Bringe endlich das Opfer, das notwendig ist. Hier. Das ist Deo-Herz da oben. Bunte Farben, miedige Kopite. Achso. Ohne gefallen. Also das ist da oben. Ja. 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 Heute sind wir intellektuell gleichauf mit. Oh, muss noch ein Zeichen. Wow. Ja, das Zeichen einfach. Sehr gut. Wenn das schlaue Rätsel sind unserem Kollektiv nicht gewachsen. Das andere ist hier, wo ich es markiert habe. Genau das. Ich bin so näher ran. Stack. Geschafft. Ich erinnere jetzt, was passiert. Lohn. Ja, als er jetzt gesagt hat, wir sind schlauer, so denke ich. Ich bin intellektuell verkürzt. Kommt nicht wieder vor. Kommt nicht wieder vor. So. Das wird den Dialog haben wir das jetzt erst gemacht. Beim nächsten Mal zeige ich euren zitternden kleinen Hirn keine Gnade. Keine Gnade. Ihr wollt schwere Rätsel? Könnt ihr haben? Könnt ihr haben? Finde ich nicht toll. Ja, aber in der nächsten Season haben wir wieder neue kommen. Ah. Wir lösen alle Puzzles, die du uns bringst. Ja, wir haben aber alles. Wir haben sogar die Tübelnets. Das passt. Um rechts, TDS. Wir haben die gekleert. Sehr gut. Das war diese Folge. Überlänge. Das soll man noch sagen. Ich glaube, es gibt nicht mehr zu sagen. Ähm. Äh. Äh. Aber sehr. Das war jetzt so gesehen. 100% vom Nights. Wollte ich kurz sagen. Ähm. Ja. Ich muss eigentlich nur noch ein bisschen Entgär machen da. Und sonst warten wir halt auf die erste Season. Genau. Boah. Gut. Bis gleich zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 destrugel. though not farederenie is coming on outside All right! Yeah, yeah. I'm the best of all eyes. Someone let me one of my case. Time for me is nothing. Cuz I'm counting no eight. Na, I couldn't be there. You shouldn't be scared. I'm good at repairs. I'm good, I'm good at repairs. I'm under each snare you're moving. Mai, I promise, Sometimes, You too. Panoramic view. I'll make it all manageable. I'll pick and choose Cinth and lose All you different crews, chicks and dudes Who you think is really kickin' tunes Picture you gettin' down in a pitch of two Like you lift a fuse You think it's fictional, mystical, maybe spiritual Hero who appears in you to clear your view When you're too crazy, lifeless To those that definition for what life is Priceless to you because I put you on the hype Shit, you like it? Gunsmoke You're righteous with one talk You're psychic among no possess You with one go Hey Hoffman, I'm feelin' glad I got sunshine in a bag I'm useless, but not for long The future is comin' on Hey Hoffman, I'm feelin' glad I got sunshine in a bag I'm useless, but not for long The future is comin' on It's comin' on It's comin' on It's comin' on It's comin' on